Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit Amaya und Jeremy. Wir sind beim letzten Mal umgezogen in die Doppelhaushälfte unserem neuen Haus. Deswegen ist das alles natürlich nochmal ein bisschen aufregend hier. Aber ich habe mir heute auch schon wieder was ausgedacht. Denn uns ist ja aufgefallen, dass wir hier noch kein Family Photo haben. Und ich hätte das gerne hier drin. Deswegen habe ich heute was platziert, wo wir dann nachher hingehen werden. Aber erstmal müssen wir den Pflichten nachgehen. Denn Celeste hat natürlich Schule und das ist sehr wichtig. Außerdem habe ich unseren Nachbarn ein Umstyling gegeben. Das hatte ich ja gesagt. Wie gesagt, nichts Großes. Einfach nur, dass sie eben nicht komplett wild aussehen. Und wir wollen heute ja eh auch essen gehen. Deswegen, das kann man ja alles ein bisschen verbinden tatsächlich mit dem, was ich jetzt noch vorhabe. Amaya könnte die Zeit ja nutzen und mal ein bisschen joggen gehen. Celeste geht in die Schule und Jeremy hat keinen Auftrag. Dann nehmen wir mal was an. Vielleicht gehen wir mal heute in Crypto-Simming rein. Ganz ehrlich, an der Stelle würde ich auch sagen, dass wir jetzt wirklich mal den Job dann aufgeben. Weil ehrlich gesagt nervt es mich nur noch. Weil ich habe immer abends irgendwas vor mit der Family und dann können wir es nicht machen. Deswegen kündigt sie den Job jetzt einfach gleich. Das ist aber auch so eine schöne Gegend, um joggen zu gehen, ne? So süß. Filmmaterial aus der Nachbarschaft. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Ja, wir geben auf. Yay, unsere neue Drohne. Lieben wir. Ich finde die viel süßer auch. Ich meine, sie hat Augen. Dann soll er mal ein Virus programmieren. Wild. Mit Arbeit prahlen. Top. Mit dem leeren Teller. Prahle ich auch immer. Habt ihr eigentlich keine Hobbys so? Ihr steht die ganze Zeit vor der Tür. Muss ich mir da Gedanken machen? So viel fehlt ja gar nicht mehr bis zum zweiten Stern, ne? Ich hoffe, dass das noch was wird. Da kommt die Drohne auch schon zurück. Unsere neue Heimat. Hashtag Umzug. Hashtag Ad. Hashtag Sunsequoria. Dann bitte einmal übertragen. Mizuki ruft an. Da gehen wir natürlich ans Telefon. Wenn die Mutter anruft, dann muss das sein. Aber wir haben ja auch noch unser Hochzeits-Make-Ups-Video. Wir können die Videos auch zusammenführen. Obwohl, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Level 6 der Programmierfähigkeit. Das ist doch wild. Und Mizuki tratscht erstmal über Jeremy. Das ist doch auch wild. Diese Family. Ich finde aber auch süß, dass sie jetzt hier dann so beieinander arbeiten können und so, ne? Ist halt das Büro, ne? Der Arbeitsraum. Hi, girl! Sie muss erstmal duschen gehen. Aber war ja auch eine harte Woche. Es war viel los, ne? Muss man so sagen. So, das Video ist schon großartig. Deswegen, ganz ehrlich, können wir hochladen, oder? Yay! Hat super funktioniert. Jeremy hat erfahren, dass er Maya voll eine Fähigkeit besitzt, singen. Das ist jetzt aber eine neue Info. Ich würde sagen, wir düsen jetzt erstmal dahin, wo ich gesagt habe. Und nachher gehen wir noch in dieses Restaurant hier oben essen. Aber erstmal gehen wir nach Dessa Valley und besuchen das Fotostudio. Ich glaube, das ist das Schönste, oder? Ih, Party ist ja hässlich. Ja, wir nehmen draußen. Ich will das Ganze aber mit meinen Custom-Posen machen. Ich habe extra Posen runtergeladen dafür, okay? Könnte jetzt einen Moment dauern, bis ich das gefunden habe. Okay, das erste habe ich auf jeden Fall gefunden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, süß! Ah, wie wäre es mit anderen Outfits? Sommer-Outfit ist zwar süß und so, aber... Wenn wir jetzt schon einen Professional-Fotoshoot machen, vielleicht ziehen wir uns dafür ein bisschen schick an. Das ist doch süß! Aber jetzt ist natürlich die Question, hm, wie machen wir das jetzt mit dem Foto? Weil die können da jetzt ja nicht dran. Deswegen bin ich froh, dass hier dieser Random-Promi ist. Wir tun einfach mal so, dass er dann der Fotograf ist, ja? Den fügen wir jetzt zur Familie hinzu. Und der kann dann das Foto machen. Ich muss dafür extra diese andere Kamera kaufen anscheinend. Aber wir haben das Geld, ja. Ich hoffe so, dass das so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Sein Ernst? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh mein Gott. Der Mann stresst mich auch jetzt schon. Ich frage mich. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht kaputt, wenn ich das mache. Aber wenn ich ihn auch teleportiere, ja? Hier hin. Nein! Okay. Dann müssen wir das nochmal machen. Kein Problem. Machen wir doch. Und hier teleportieren wir ihn hin. Dann müsste das ja super funktionieren. Oh mein Gott. Es ist gar nicht nervig. Alles für ein paar Fotos, Leute. Alles für ein paar Fotos. Okay, okay, okay. Jetzt zückt die Kamera. Perfekt. Ich kann nur kleine und mittlere Fotos machen. Dann müssen wir die andere Pose irgendwie hier hinten machen. Das ist die richtige Kamera, ne? Warte, wenn er hier hingeht. Ich will einfach nur mal gucken. Kann er da dann große machen? Vermutlich, ne? Ja. Okay, dann müssen wir das hinter dem Dings machen. Oder, bei dem geht das glaube ich auch. Was gibt es hier für Hintergründe? Das ist auch cool. Sonst können wir auch das machen. Dann muss ich jetzt nur noch die andere Pose finden, die ich runtergeladen habe. So, das müsste das jetzt gewesen sein, was ich noch hatte. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Das nenne ich doch mal ein Familienfoto. Süß. Das ist doch auch genau, was die sich aufhängen würden. Cool. Dann geben wir Amaya mal kurz alle Fotos. Und dann müssen wir den Typen wieder aus der Familie schmeißen. Dann speicher ich. Das ist alles ein bisschen wild, Leute. Aber wild heißt ja nicht schlecht. Und jetzt gehen wir essen. Das dauert ja eh mal eine Weile, bis das Essen dann ankommt, ne? Natürlich sind Cherry und Paul hier. Wer auch sonst? Ach, Elaine, sehe ich da hinten auch? Unsere Familie ist so süchtig nach uns. Babyfieber? Habt ihr das schon jemals gesehen? What? Elternpunsch? Wah. Leute, was sehe ich hier? Eine Fruchtbrase für Amaya. Eine Limonade für Celeste. Und eine Kaffeelatte für Jeremy. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Hunger die alle haben. Man kann sich Gurkenscheiben bestellen. Entschuldigung. Also es ist schon wild teilweise, was man hier so alles bekommen kann. Wow, das ist eine große Karte. Da hat sich jemand sehr viele Gedanken gemacht. Würstchen mit Püree klingt nach Celeste, wenn ich ehrlich bin. Teller mit Bratfisch für die gute Amaya. Und ein Teller mit gegrillten Rippchen für Jeremy. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass hier ein Kleinkienststuhl dran ist. Auch überall süß. Ach, deswegen kommen sie da hinten auch nicht dran. Das ist natürlich suboptimal. Tschüss. Jetzt kann sie sich hinsetzen. Ich möchte keine Köchin sein. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, genau. Geh erstmal zu Paul. Klar. Wie wäre es, wenn du einfach mal Zeit mit deiner Family verbringst hier? Naja, ein bisschen Hunger haben auf jeden Fall alle. Das ist doch schon mal gut. Yay, da ist das Essen auch schon süß. Und alle freuen sich. Nicht anbrüllen. Ach, mein Gott. Es ist doch einfach nur stressig, Leute. Aber das ging ja heute besser und schneller, als ich dachte mit dem Essen. Das Restaurant funktioniert. Hör mal, sowas gibt's. Die haben sich gerade geknutscht. Und da war dieses Zeichen, als wenn es der erste Kuss wäre. Das glaube ich aber nicht. Aber ich glaube, die sind verheiratet. Das wäre ein bisschen wild, wenn die sich jetzt erst zum ersten Mal geküsst hätten. Ich freue mich natürlich trotzdem für die. Wollen wir jetzt hier länger bleiben? Eigentlich nicht, oder? Wir gehen mal. Wollt ihr jetzt noch zusammen vielleicht einen Film ansehen? Abenteuer im Raumschiff-Simulator. Komm. Das ist doch was. Das ist bestimmt ein Familienfilm. Wollt ihr euch nicht hinsetzen, Leute? Er singt auch einmal Jingle Bells. Also ist auch toll. Es ist zwar Sommer, aber okay. Aber hey, vielleicht denkt er auch, man muss das singen, was in der wirklichen Jahreszeit von mir. Ja? Winter ist es jetzt gerade. Dezember. Dass das wichtig ist. Und nicht, was in-game ist. Man weiß es nicht so genau. Also die haben sich auf jeden Fall gut unterhalten beim Film. Das ist doch auch schon mal was. Und ihr pflanzt euch jetzt hier ins Zimmer und knutscht euch nochmal ab? Oder was? Das ist auch ein bisschen süß, ne? Och, Mäuse. Oh, jetzt gibt es hier noch eine Massage. Hör mal. Warum techtet ihr nicht einfach nochmal? Frau Amaya Roberts. Johnson heißt sie jetzt. Nutzt den Tag. Sie sind beide sehr zufrieden in der Beziehung. Weil ihr einmal techtet und möchtet habt. Schön. So einfach kann es gehen, Leute. So rettet ihr eure Beziehung. Als Abselest der Lebensmittelvergiftung hat. Was kann man bei Würstchen mit Püree so falsch machen, frage ich mich. Jetzt macht sie noch eine Phase durch. Sie ist jetzt fies zu anderen. Naja. Sie lernt es ja auch nicht anders, ne? Aber sie scheint die Lebensmittelvergiftung überlebt zu haben. Ja. Der Angriff auf die Gedärme zu überleben war ein harter Kampf. Aber jetzt ist der Magen widerstandsfähiger als je zuvor. Wahrscheinlich hatte sie dann in der Nacht ein paar Krämpfe. Aber das passiert, ne? Fan bin ich davon natürlich trotzdem nicht. Cool. Wir haben kein Essen mehr. Das ist irgendwie auch schon lange nicht mehr gewesen, dass mir das passiert. Wir können ja auch mal so ein nachbarschaftliches Mitbringen-Buffet irgendwie veranstalten, ne? Ich meine, wir können ja auch einfach unsere Freunde einladen. Also, unsere Familie meine ich eigentlich, aber okay. Hier unsere Nachbarin kann aber trotzdem kommen. Ihre Familie hat aber anscheinend keinen Bock, weil die hier nicht angezeigt werden. Die Familie von Lena Wilder hat die so, ne, möchten wir nicht. Ist schon okay. Aber ich denke, das könnte ganz süß sein. Dann isst du doch erstmal einen Joghurt. Ich habe mir übrigens auch gedacht, dass man Jeremy doch auch mal noch ein zusätzliches Alltagsoutfit geben kann. Und ich würde da so langsam anfangen, dass er vielleicht auch mal was mit ein bisschen Farbe trägt. Aber halt vielleicht so eine dunkle Farbe. Also zum Beispiel dunkelgrün und dunkelblau oder so. Einfach, weil er jetzt dann eben auch besser zu Amaya passen möchte. Also, er würde sich natürlich nicht komplett verändern oder so. Aber ich dachte, es könnte vielleicht für ihn interessant sein, dass er sich ihr quasi dahingehend ein bisschen annähert. Ich war übrigens CC shoppen und ich habe viele Sachen jetzt noch nicht gesehen. Es ist so schwer, was zu finden, was farblich passt und zu seinen Vibes, ne. Ich bin gerade schon wieder richtig gestresst davon. Ich liebe ihn doch so sehr, aber warum ist das so schwer? Vielleicht sowas. Das ist immer noch ziemlich dunkel, aber hat auf jeden Fall schon mal hellere Elemente und so. Und ich finde, es passt auch trotzdem noch zu seinen Vibes. Und das ist jetzt einfach nur so, dass das Oberteil dann einfach mal geändert wurde. Hose und so ist dasselbe. Aber ich finde das einfach mal ganz cool. Aber es sieht auch so ungewohnt aus. Bleiben wir mal dabei. Apropos Jeremy. Er ist gerade auch schon wach. Ach, süße Maus. Sie spielt einfach gerade selber mit diesem Dr. Sadness. Es ist einfach cute. Und wenn ich jetzt hier gerade so diese My Sims Trophäe sehe. Es gab ja jetzt so ein Gewinnspiel von dem offiziellen Sims Account und so. Habe ich ja drüber geredet. Soll ich euch mal zeigen, was ich da mitgemacht habe? Ja, ja, ich weiß, dass das gleich beginnt. Weißt du was? Ich zeige euch das einfach. Ich habe das öffentlich noch nicht gezeigt. Außer halt habe ich, also ich habe das halt in dem Account da, in dem Channel reingebautet, wollte ich sagen. Das ist mein Eintrag, Leute. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht besonders großartig, aber ja, Mühe gegeben und ich hatte Spaß. Bis auf den Punkt, wo mein Tablet nicht funktioniert hat. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber ja, jetzt habe ich es euch auch mal gezeigt. Celeste redet gerne über Hobbys. Süß. Oh nein. Wir haben alles gerettet, alles gut. Egal, was ihr jetzt hier backen solltet. Backen vor allem. Backen. Wenn ihr jetzt irgendwie im Back auftritt, ist kein Problem. Ich habe gespeichert. Warum? Ich finde übrigens wild, dass hier nirgends wohnen. Oh, ich würde sagen, ich finde es doof, dass hier nirgends wo ein Spielplatz ist. Hier ist ein Spielplatz, der frei begehbar ist. So, Amalia, vielleicht machst du ein paar Waffeln. Und was mir auch gerade noch einfällt, ich wollte noch die Handyfarbe und die Handyhülle ändern. Komm, wir nehmen so eins mit einer Rose. Hallihallo Hallöchen. Würstchen. Makaroni und Käse. Und da drin sind noch Pfannkuchen. Warum habt ihr die ineinander gestellt, frage ich mich. Aber süß eigentlich. Ich mag es doch. Ach, und jetzt wird sich hier gedrückt und alles. Ich lieb's. Das habe ich schon wieder 20 Mal gesagt, ne? Oh mein Gott. Süß. Wir haben auch Gold schon erreicht. Einfach. Obwohl das Ganze noch sechs Stunden geht. Warum geht das sechs Stunden? Mithare wollte. Ich habe das doch ausgemacht. Ein Schlichtungsschreiben versenden. Ja, let's go. Celeste ist dann auch mal auf dem Weg. Gut, Amalia denkt sich so, ich boxe erst mal. Als ob Cherry hier aufrollen. Was ist denn mit ihr? Ach, süß. Wie ihr hier in der Küche steht und redet, ne? Sieht mir nach einem Traum aus. Jeremy verspürt eine Abneihung gegen Mizuki. Das ist doch so doof. Dieser Mann macht mich wirklich fertig manchmal. Ich will doch nur, dass die sich mal ein bisschen anfreunden. Ach so, und ihr redet im Klo über... Übereinander vor allem. Elaine hat wirklich gar keinen Bock auf Jeremy, ne? Sie ist super wütend. Das macht mich so traurig, weil ich will doch einfach nur eine Happy Family haben. Immerhin versteht sich Celeste mit allen irgendwie, ne? Das ist total interessant. Irgendwie funktioniert das mit dem Aufräumen nicht so richtig. Naja, früher oder später werden wir es wohl wegräumen können, hoffentlich. Wir entfernen mal das mit dem Schlüssel, weil das brauchen wir ja nicht mehr. Wir wohnen ja jetzt eh schon zusammen. Warum streiten sich jetzt auf einmal alle? Hallo? Es reicht. Warum seid ihr jetzt verletzt? Was ist denn hier los? Ich dachte, Elaine und Mizuki sind meant to be und forever und so. Und jetzt streiten die sich hier. Hallo? Ach so, ich muss noch die Fotos aufhängen übrigens, ne? Oh, dann können wir das hier aufhängen. Süß. Ich finde, die sind richtig toll geworden. Ich lieb's doch. Oh, sie hat jetzt noch was zu essen mitgebracht. Butternut Gnocchi. Wow. Womit haben wir das denn verdient? Oh, Cherry hat auch noch mal was mitgebracht anscheinend. Ach, sie hat's wieder weggetan. Vielleicht besser so. Weil eigentlich haben wir dann wahrscheinlich doch jetzt genug zu essen. Das sieht absolut disgusting aus. Naja, was soll's, ne? Yay, wir haben tatsächlich Gold bekommen. Äh, ein neues Grillobjekt? Wow. Es macht gar keinen Sinn, den Grill hier vorne zu platzieren, oder? Sonst hätte ich das literally einfach getan. Wir haben eigentlich keinen Platz, so wirklich, ne? Vielleicht geben wir das einfach den Nachbarn. Die freuen sich doch bestimmt. Ich denke, dass ich an der Stelle dann auch den Part beenden werde. Durch das ganze Fotoshooting und so hat das alles nämlich deutlich länger gedauert, als ich dachte, upsidupsi, dieses Jahr war nicht unbedingt, äh, schlimm. Kann ja nicht immer alles perfekt laufen. Es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Story-Vorschläge oder sonst was habt, ne? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Denn so lange haben wir jetzt auch nicht mehr. Also, ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, jede Woche ein Part oder so, plus, minus, dann sind wir immer noch zehn Wochen dabei. Was noch so zweieinhalb Monate sind. Also, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben gesagt, dass es schon bald vorbei ist. Aber, ich meine, es sind halt nur noch zehn Parts. Und den Großteil haben wir jetzt überstanden. Also, man kann ja auch nicht immer und endlich viel in einen Part packen, ne? Deswegen müssen wir das dann vielleicht auch mal ein bisschen schauen, dass wir das zeitlich dann auch einplanen können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Aber ansonsten sehen wir uns auch bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss! Wieso geht meine Stimme mal weg?